Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren Lernen. So heute, oh das ist noch von einem anderen Video, heute wollen wir uns mit Event Driven Development beschäftigen. Event Driven Development ist eine Art, die sozusagen eure Programmiersprache unterstützen muss, die eigentlich euer komplettes Projekt unterstützen muss, aber natürlich auch die Sprache und deswegen haben es natürlich nicht alle Sprachen. Berühmte Beispiele wären hier zum Beispiel C Sharp, das ist Event Driven oder JavaScript ist Event Driven und was das im Endeffekt bedeutet ist, ihr habt eine Klasse, die sozusagen eure Startklasse ist, das heißt, oder jede GUI ist eigentlich auch, also jede grafische Oberfläche ist Event Driven in dem Sinne und ihr habt eine komische Klasse, irgendwie so eine Main Klasse, das ist sozusagen eure Hauptklasse, die alles verarbeitet und die könnte jetzt zum Beispiel irgendwie eine GUI sein, Das heißt, eine grafische User Interface, also Graphical User Interface, also irgendwas Grafisches, wie zum Beispiel jetzt dieser Editor hier, der ist auch grafisch, eigentlich ist jede Anwendung irgendwie grafisch, manches sind natürlich irgendwie Kommandozeilen Anwendung, aber die meisten Anwendungen heutzutage sind grafische Anwendungen und die sind dann meistens auch irgendwie Event Driven. Das bedeutet, die hören dann die ganze Zeit, wenn das passiert, dann mache ich das oder wenn das passiert, dann mache ich das, also sowas wie On Key Enter, äh Quatsch. So, und das wäre jetzt zum Beispiel der Key C, wobei Key natürlich eine eigene Klasse ist und die steht für Taste auf eurer Tastatur, das heißt, jedes Mal, wenn der Benutzer irgendwie eine Taste eingibt, dann wird hier irgendwas ausgeführt, Also zum Beispiel, ähm, Print Key, ups, Key Punkt, äh, Character oder sowas, oder Key Punkt to String, wäre wahrscheinlich noch irgendwie besser, ähm, und was das jetzt im Endeffekt machen würde, ist, Jedes Mal, wenn euer, ähm, Nutzer irgendwas eingibt, also mit seiner Tastatur, dann wird einfach der Buchstabe, äh, umgewandelt als, äh, String, also irgendwie zum Beispiel ein O wird als O ausgegeben, ein P wird als P ausgegeben und so weiter und so fort, aber auch Enter oder Backspace oder Links, Rechts und so weiter werden als, ähm, als Buchstaben ausgegeben, beziehungsweise irgendwie als String ausgegeben. Im Endeffekt, was hier Event Driven da dran ist, ist, dass ihr jedes Mal eine Methode ausführt, sobald ihr einen Buchstaben oder irgendwas auf eure Tastatur drückt. Das kann natürlich auch noch irgendwas anderes sein, also man kann irgendwelche System Interrupts haben oder, ähm, man kann irgendwelche Mausklicks haben und diese ganzen Dinger natürlich, ähm, und was das hier im Endeffekt macht, ist wirklich jedes Mal, wenn was eingegeben wird, wird diese Methode aufgerufen und je nachdem, was eingegeben wurde, also ihr bekommt hier natürlich, welcher, ähm, welche Taste gedrückt wurde, bekommt ihr hier eine andere Methode, also im Endeffekt, hier habt ihr schon immer dieselbe Methode, aber ihr könnt natürlich irgendwie ein Switch Case machen über Key.toString. Das heißt, wenn Key.toString, äh, C ist, dann macht ihr, ähm, Bücken in einem Computerspiel jetzt zum Beispiel oder wenn es W ist, dann lauft ihr vorwärts, wenn es A ist, dann dreht ihr euch oder wenn es D ist, dann dreht ihr euch eben auch. Und, äh, hier kann man natürlich dann sagen, okay, ähm, je nachdem, was gedrückt wurde, mache ich was anderes, aber der Trick ist wirklich hier jedes Mal, wenn man Key drückt, dann wird was ausgeführt und dieses, dieses Key drücken nennt sich Event. Da habt ihr natürlich keinen Einfluss drauf, weil ihr nicht der User seid. Das soll ja für jeden User funktionieren. Das heißt, man möchte nicht irgendwie schon vorschreiben, wann W gedrückt sein muss und wann nicht. Ähm, dann gibt es auch noch natürlich, on-key-release ist oftmals recht, ups, oft benutzt, ähm, was dann so viel heißt wie, wenn die Taste losgelassen wurde, ähm, dann, wenn die Maus gedrückt wurde oder die Maus losgelassen wurde, wenn die Maus bewegt wurde. Die heißen natürlich immer anders, je nachdem, was ihr für eine Sprache habt. Ähm, wenn ein Button gedrückt wurde, ist auch ein Event. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt an eine Webseite denkt, wenn ihr ein Button drückt, dann wird ein Event ausgelöst normalerweise. Oder wenn, ähm, ja, und jetzt ganz kurz noch zu, ähm, zu Interrupts. Interrupts kommen tatsächlich vom System und die lassen sich dann auch als eben solche Events klassifizieren. Das bedeutet, ihr habt jetzt schon ein paar, äh, Events sozusagen kennengelernt. Ein Interrupt wäre jetzt zum Beispiel, wenn wir an Actors und Message Parsing denken, dann wäre ein Event, dass eine Nachricht reinkommt. Also da kann man sich wirklich natürlich auch seine eigenen Events definieren. Man muss natürlich einfach nur die ganze Zeit, also dieses On-Key-Enter ist sozusagen ein Listener, der die ganze Zeit drauf hört, was jetzt in der Tastatur eingegeben wurde. Das ist im Endeffekt eine Wild-True-Schleife, ähm, die hier die ganze Zeit durchläuft und immer überprüft, wurde jetzt was eingegeben, wurde was eingegeben, wurde was eingegeben, wurde was eingegeben. Die ganze Zeit, ähm, ist natürlich nicht sonderlich effizient, möchte man meinen, aber es funktioniert halt ziemlich gut und ja, manche Programmiersprachen verfügen aber auch über wirkliches Event-Driven, ähm, Programming oder Event-Driven Paradigmen oder was auch immer. Ähm, und dann wird auch tatsächlich nicht die ganze Zeit hier irgendwas abgelesen, sondern die greifen auf euer Betriebssystem zu und können dort dann wirklich über die Hardware-Treiber auf eure Tastatur zugreifen und sich registrieren, dass sie benachrichtigt werden möchten, wenn was gedrückt wird. Das heißt, hier sind manche Programmiersprachen einfach wirklich besser geeignet als andere, ähm, aber man kann es natürlich auch für jede Programmiersprache tatsächlich selber implementieren. Das ist eigentlich nicht so schwer. Und, ähm, das ist so ein bisschen das Grundkonzept dahinter. Jedes Mal, wenn irgendwas Spezielles eben passiert, schreibt ihr euch hier Code rein, was ihr dann haben wollt, also was dann eben gemacht werden soll. Hat nicht mehr so viel mit den Events aus dem letzten Video zu tun, aber wenn man sich natürlich die Signale anguckt, die von anderen Prozessen oder von anderen Threads kommen können, dann sind das auch so eine Art zumindest Events. Also zum Beispiel ein Interrupt und halt Stopp, jetzt möchte ich nicht mehr weiterarbeiten oder ein Kill Interrupt oder sowas oder ein Join. Ah, gut, okay, Join ist jetzt kein Interrupt in dem Sinne, aber, ähm, es gibt verschiedene, eben zum Beispiel dieses Wait ist auch ein Interrupt, das kann man natürlich hier auch behandeln. Okay, das wirklich nur so als kleine Einführung, wie gesagt, das ist dann wirklich auch sprachenspezifisch, wie das funktioniert, aber es lässt sich auch ganz gut selber schreiben. Man muss nur eben so eine Event-Driven-Architecture, da muss man sich selber dann auch programmieren, was wir vielleicht in einer anderen Playlist noch machen werden und da könnt ihr euch dann gerne mal umgucken. Okay, ähm, gut, das war's dann von meiner Seite schon wieder, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!